Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So heute machen wir ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit der Reihenfolge gehabt, denn eigentlich sind Module deutlich wichtiger als zum Beispiel Generics oder sowas, aber ich wollte das objektorientierte Thema irgendwie vorher abschließen und dann ein neues Thema starten mit sozusagen dem Rest in Anführungsstrichen oder Modulen oder Namespaces, wie auch immer das ganze Zeug heißt. Module sind in etwa Namespaces, beziehungsweise zumindest ganz grob. Und ja, es tut mir leid, wenn die Reihenfolge nicht richtig perfekt ist. In manchen Fällen hätte ich eigentlich ganz gerne ein Video vorgezogen, aber wie gesagt, ich wollte möglichst die Themengebiete zusammen behalten und deswegen kommen Module erst jetzt. So, was ist ein Modul? Wir wollen zum Beispiel irgendeinen Code haben. Das heißt, wir haben hier irgendwelche Funktionen, wir haben irgendwelche Klassen, wir haben irgendwelchen Hauptcode von mir aus auch noch und das alles wird jetzt als ein Modul zusammengefasst. Manche Sprachen brauchen da tatsächlich ihr eigenes Modul sozusagen, also zum Beispiel C-Sharp, da heißen Module Namespaces. Das heißt, man sagt hier, das ist ein Namespace und man gibt diesem Namespace einen Namen, zum Beispiel mein Modul und jetzt sagt man, okay, ich will mein Namespace hier bis hier unten haben. Das heißt, das ganze Ding muss alles Nummer 1 eingerückt werden. Ich mag die Schreibweise nicht so sonderlich. Man definiert sich hier sozusagen künstlich sein Modul. In Java gibt es Packages, also nur so als kleinen Beispiele, damit ihr ungefähr jede Variante kennenlernt. Packages kann man auch von sich selbst definieren. Das heißt, man sagt hier oben drüber, zu was für einem Package das Ding gehört, zum Beispiel mein Modul, was dann im Endeffekt genau gleich ist. Und dann hat man hier eben seinen kompletten Code drinstehen. In Python sagt man einfach gar nichts. Da ist automatisch der Dateiname, also in meinem Fall Programmiertheorie 4, ist automatisch auch der Modulname und mit dem Ding kann man dann weiterarbeiten. So, was bedeutet jetzt weiterarbeiten? Naja, ich gebe dieses Package bzw. diesen Modulnamen oder die Namespaces gebe ich ja richtig an. Also das heißt, ich weiß am Ende für mein Programm, zu was für einem Package bzw. Namespace oder Modul es dazugehört. Wir werden jetzt einfach nur noch von Modulen reden. Das ist, glaube ich, einfacher. Und wenn ich jetzt in einer anderen Klasse Module benutzen möchte, das heißt, oder in einer anderen Datei einfach, dann muss ich irgendwie klar machen, wie ich denn auf diese Module zugreife. Das heißt, ich muss irgendwie sagen, ich möchte das benutzen da. Und dazu gibt es auch ein paar verschiedene Schreibweisen, zum Beispiel Hashtag Include wäre C++ Variante. Import, das werden wir hier benutzen. Es gibt auch die Using Direktive, das heißt, wir sagen, wir wollen etwas anders benutzen. Ich mag Import und Using eigentlich am meisten. Aber ja, man hat unterschiedliche Schreibweisen für den Befehl da oben. Und das sagt einfach, ich möchte ein Modul benutzen von woanders. Das heißt, man gibt jetzt hier an, was genau man benutzen möchte. Und da ist es jetzt natürlich wichtig, man möchte nicht nur Programmiertheorie, also seine eigenen Module benutzen können. Wir werden jetzt hier einfach zum Beispiel Programmiertheorie 3 benutzen, sondern man kann natürlich auch Module, die mitgeliefert werden, benutzen. Das haben wir eigentlich auch schon hier gemacht. Wir haben schon mit Unit-Tests gearbeitet. Wir haben schon mit, äh, ja, Ciao, Langzeitgedächtnis. Wir haben schon mit Mathe, glaube ich, gearbeitet. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Naja, auf jeden Fall. Wir haben schon auf jeden Fall Module benutzt, die nicht nur von uns sind. Das heißt, wir haben auch fremde Module benutzt, also tatsächlich welche, die von der Sprache kommen. Und die kann man teilweise zumindest in mindestens Python, ist es so, dass ihr jedes Mal sozusagen Module von jemand anderem noch runterladen könnt. Da gibt es dann zum Beispiel das Tool Pip. Und die werden dann aber an einen anderen Pfad gelegt. Das heißt, ähm, ihr habt sozusagen die Möglichkeit, aus euren Modulen, die hier gerade in dem Verzeichnis des Programmes liegen, ähm, Sachen zu benutzen. Also zum Beispiel in meinem Fall Programmiertheorie 1, also keins, oder 2, oder 3, oder 4, oder wie viele auch immer hier noch kommen. Ähm, die kann man wunderbar benutzen. Oder, was dann die zweite Möglichkeit ist, man benutzt, ähm, Imports von, ups, Unit-Tests. Man benutzt Imports von, so, ähm, von anderen Modulen. Also von welchen, die tatsächlich mit der Sprache mitgeliefert werden. Also zum Beispiel Logs hatten wir noch. Super, jetzt fällt es mir ein. Ähm, das heißt, aber eigentlich müsste ja hier die Schreibweise sich irgendwie, naja, unterschiedlich sein. Nein, ist sie tatsächlich nicht, ähm, weil das Programm kennt nur den Pfad von sich selbst. Also quasi den Pfad von Python oder den Pfad von Java oder den Pfad von C. Ähm, den kennst. Das ist dann diese Ding hier. Also manchmal muss man hier noch Spitze klammern in C, ist es glaube ich so. C++ besser gesagt, ähm, muss man hier Spitze klammern benutzen, wenn man irgendwie eigene, äh, wenn man fremde Module benutzen will und Anführungsstriche, wenn man eigene benutzen möchte. Ähm, aber in unserem Fall lassen wir das jetzt einfach so. Wie gesagt, es guckt erstmal bei den, ähm, bei den Python oder bei den Programmiersprachen eigenen Pfaden nach, ob man da was findet, was so heißt. Und wenn es da nichts findet, dann guckt es natürlich auch noch in dem Ordner, wo wir gerade sind, nach, ob es da was findet, was so heißt. Und dann kann man natürlich hier einfach alles benutzen. Das heißt, danach habe ich Zugriff auf alles, was ich in Programmiertheorie benutzt habe. Also zum Beispiel, ähm, meine Klassen, die ich da geschrieben habe, meine Funktionen, die ich da geschrieben habe. Nehme ich einfach zum Beispiel, schreibe Programmiertheorie, Theorie, Punkt, ähm, meine Funktion. Jetzt müssen wir natürlich nachgucken, theoretisch, ob das da auch ist, aber so würde ich dann eine Funktion aus Programmiertheorie benutzen. So, ähm, oder natürlich auch eine Klasse. Ich kann dann auch irgendwelche Klassen schreiben, Class, ABC, Extents. Und jetzt haben wir zum Beispiel in Unit Test die Klasse Test Case drin, Test Case. Dann können wir davon erben und, ähm, dann können wir hier damit arbeiten. Das heißt, wir brauchen aber die gewissen Imports. Selbst String ist in den meisten Sprachen ein eigener Import. In anderen Sprachen ist es schon von Haus aus immer importiert, aber es ist trotzdem implizit eigentlich da. Das heißt, wir können hier jetzt auf alles zugreifen, auf Methoden, auf Funktionen, auf Klassen, auf alles. Können wir jetzt zugreifen, aber nur von dem, was wir hier importiert haben. Und unser Modul hier, was wir jetzt hier geschrieben haben, also Programmiertheorie 4, beziehungsweise wenn wir ein Namespace angeben oder ein Package angeben, dann ist es halt genau das. Ähm, dann können wir natürlich auch wieder genau das importieren. Und das ist ziemlich cool, ähm, weil man natürlich dann Zugriff auf alles hat. Man muss ja auch irgendwie fremde Dateien einbinden können. Okay, ähm, das war's wieder mal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.